Ich freue mich, dass ich wieder als Rektor der Hochschule Sie alle sehr herzlich zu diesem wunderbaren Abend begrüßen darf, der Reihe 7 über 7, wo eben spannende Themen an der Hochschule Heiligenkreuz behandelt werden. Heute ist unser Gast Dr. Martin Brüske, Professor an einer evangelikalen Hochschule in der Schweiz, aber unglaublich versiert und vielfältig kann das gar nicht so alles zusammenbringen. Also Spezialist für Thomas von der Queen, für katholische Liturgiewissenschaft, für Ethik, für Moral, aber auch jemand, der sich sehr stark in YouTube und in den verschiedenen Vorträgen, so in der Erwachsenenbildung oder überhaupt in dem, wie nennt man das, in dem Bereich der Influencer, katholischen oder christlichen Influencer betätigt und jemand, der auch ein mutiges Wort wagen kann heutzutage, wo eben ja ein eigenartiger Bruch stattfindet, wo man sagt, ja, also die Kirche sollte am besten zu allem schweigen. Das wäre ihnen am allerliebsten, aber Jesus schweigt nicht. Er hat die Bergpredigt da uns geschenkt und wirklich als ein Wort, wo wir uns immer wieder bekehren müssen und eine Kirche, die kein Profil hat, interessiert, glaube ich, niemanden. Das, was Jesus gebracht hat, ist eine wahre Kontrastwelt und da gehen auch die Herzen auf und ich glaube, da beginnen sich die Leute auch eben für das Leben in Christus zu interessieren. Und so möchte ich Ihnen danken. Sie werden hier jetzt zu uns sprechen. Seien Sie uns sehr herzlich willkommen. Ja, meine Damen und Herren, ein bisschen ist mein Vortrag von den Erfahrungen geprägt, die ich als Katholik auch in einen anderen kirchlichen Feldern gemacht habe, im evangelikalen Christentum auch. Aber eigentlich müsste ich diesen Vortrag nach der heutigen Liturgie gar nicht halten. Wir haben jetzt den heiligen Johannes Nepomuk gefeiert, wenn wir die Oration genommen hätten, die für den heutigen Tag vorgesehen wäre, wobei das natürlich wunderbar ist, den heiligen Johannes Nepomuk zu feiern, dann hätten wir folgenden Text gehabt. Und der sagt eigentlich alles, was ich heute Abend sagen werde. Und er sagt es besser. Aber er muss vielleicht ein bisschen erläutert werden. Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Gibt, dass wir lieben, was du befiehlst und ersehnen, was du uns verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Ich finde, toller Text. Die, die im Glauben in die Kirche gerufen sind, werden verbunden. Sie sind ethisch gesehen als moralische Subjekte nicht Einzelkämpfer. Also wir haben den Glauben als den gemeinsamen Glauben der Kirche. Und dann hätten wir sozusagen, dann muss jeder für sich ringen und streiten. Ja, das muss er natürlich auch. Aber wir sind verbunden zum gemeinsamen Streben. Das heißt, das Ethos der Kirche ist wirklich ein Ethos der Kirche. Ein Ethos, dass die Kirche als Kommunio, als Gemeinschaft, betrifft. Der Glaube bringt eine Dynamik in Gang, eine Dynamik auf das Gute, die unser Text als Streben bezeichnet. Und wer sich in diese Dynamik hineinziehen lässt, in der Kommunio der Kirche, in die gemeinsamen Lebensformen der Kirche, eine davon lebt hier in Heiligenkreuz, wer sich da hineinziehen lässt, in dem entwickelt sich eine Teilhabe an dieser Dynamik des Guten, die ihn verankert, dort, wo die wahren Freuden sind. Das heißt, unser Text sagt auch etwas über das Verhältnis von Immanenz und Transzendenz. Das christliche Existenz, wie Paulus einmal sagt im Kolosserbrief, verborgen ist in Gott. Und in dieser Dynamik des Guten, die kommunial ist, die gemeinsam ist, die ekklesial ist, dort wird der Gehorsam zum liebenden Gehorsam, zum Gehorsam der Liebe. Nicht nur zur äußerlichen Normerfüllung, nicht eine Norm, die mich, wir werden das bedenken, von außen trifft und dann gleichsam totschlägt, sondern da wird etwas, ich kann den Befehl, die Weisung, die gute Weisung Gottes in mich aufnehmen und mit ihr gehen in das Land der Verheißung, dort, wo die wahren Freuden sind. Und dort verankere ich mich schon jetzt und bekomme deshalb ein anderes Verhältnis zur Welt. Wunderbar, steckt alles in dieser kleinen Oration und noch viel mehr. Orationen lohnen sich, sowohl die Deutschen als auch die Lateinischen, wäre wahrscheinlich noch mal ein bisschen was anderes. Ja, also wir haben hier einen Zusammenhang, der Glaube setzt Leben frei, setzt auch moralisches Leben frei, setzt ein Ethos frei, eine Dynamik des Guten. Das war für Christen 2000 Jahre lang selbstverständlich. Nicht? Pater Wolker hat eben den Hinweis gegeben, Kontrastmoral, Kontrastethos, der Kontrast, der Kontur gibt. Und in der Tat, wenn wir ins Neue Testament und in die früheste Kirche gucken, dann finden wir im Gegensatz zu heutigen Debatten eine radikale Kontrastethik. Wer das sich im Neuen Testament klar machen möchte, der lese zum Beispiel den ersten Korintherbrief. Korinth, eine verrufene Hafenstadt mit zwei Häfen, unglaublich. Korinth, Korinth, Korinth heißt im profanen Griechisch der Zeit zur Dirne gehen. Also so tun, wie in Korinth heißt, zur Dirne gehen. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus nach ein paar Jahren einen Brief, den ersten Korintherbrief. Nicht, das ist eine ganz junge Gemeinde, die noch mit allen möglichen Fragen ringt. Da sehen Sie, was Kontrastmoral bedeutet. Nämlich dieser Gemeinde, sagt der Paulus, zu jedem Einzelnen und zu dieser ganzen Gemeinde, dein Leib ist heilig und du bist als Leib, als Kirche heilig. Und es gibt keinen Weg zurück. Du bist eschatologischer Tempel Gottes. Und das in einer Umwelt, die es gerade Gegenteil tut. Und komischerweise ist das attraktiv. Komischerweise ist das attraktiv. Also wir haben und dann durch viele Transformationen hindurch immer den Anspruch gehabt, dass christlicher Glaube Leben beansprucht auf das Gute hin. Und das zerbricht heute. Meine erste Beobachtung, mit der ich einsteige, der heutige landeskirchliche Protestantismus, wie das Projekt des Synodalen Weges in Deutschland, das mich sehr beschäftigt, sind durch eine weitgehende Entethisierung des Christentums gekennzeichnet. Gemeint ist damit die Auflösung eines verbindlichen und gemeinsamen Ethos der Lebensführung, die aus dem Evangelium gespeist ist. Zivilreligiöse Reste bilden dazu keinen Gegensatz. Sie finden die Beobachtung auf dem Handout, das verteilt worden ist. Was heißt das? Drei Konkretisierungen. Eine Aussage, zwei Vorgänge. Die Aussage, und ich zitiere damit, den Vorsitzenden der Glaubenskommission der deutschen Bischöfe, den Essener Bischof Franz Josef Oberbeck. Wie Menschen zu leben haben, lässt sich nicht mehr allgemein autoritativ verordnen, ohne das Gottesgeschenk der Autonomie mit Füßen zu treten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Noch einmal, wie Menschen zu leben haben, lässt sich nicht mehr allgemein autoritativ verordnen, ohne das Gottesgeschenk der Autonomie mit Füßen zu treten. Das heißt, wer die wie auch immer zu verstehende Autonomie ernst nimmt, so Oberbeck, wer sie ernst nimmt, eine Kirche, die diese Autonomie ernst nimmt, muss ethisch abdanken. Das heißt, sie hat kein Recht zur Weisung mehr, weil so, wie der Begriff der Autonomie hier offensichtlich konstruiert worden ist, im Hintergrund, erlaubt er nicht mehr, dass die Kirche Menschen Wege zeigt, die sie gehen können. Vielleicht, weil dahinter eine ganz andere kirchliche Erfahrung steckt, auch das werden wir bedenken müssen, die anders aussah und die ein bisschen in dieser Karikatur mit dem allgemein verordnen drinsteckt. Dem werden wir nachgehen. Zweiter Vorgang. Die deutschen Bischöfe sind dabei, fast durchweg nach der letzten Vollversammlung des Synodalen Weges im Februar, das kirchliche Arbeitsrecht in Form von Selbstverpflichtungen zu verändern. Das heißt, die machen jetzt einfach, diese Selbstverpflichtungen sind im Grunde genommen nichts weiter als verdeckte Lehrentscheidungen. Denn sie sagen, das, was Mitarbeiter, auch solche, die Zeugen sein sollten, als Religionslehrerinnen und Lehrer, als Priester und Priesterinnen, als pastoralen Mitarbeiter in allen möglichen Laiendiensten, was die tun in ihrem Leben, interessiert mich als Bischof nicht mehr. Und ich verpflichte mich darauf, dass mich das nicht mehr interessieren kann. Das heißt, soziologisch machen wir aus Zeugen Funktionäre. Nämlich in der Tat, was so ein Funktionär betreibt, das geht mich im Wesentlichen in seinem Privatleben nichts an. Das heißt, auch das ist ein ganz klares Indiz dafür, dass sich die Kirche hier in Form einer Entethisierung aus dem Anspruch zurückzieht, ein verbindliches und gemeinsames Ethos zu haben für ihre Glieder. Dort, wo dieses Ethos nicht mehr passt zur Mainstream-Kultur, dort wird es sistiert, aufgehoben, zu schweigen gebracht. Wozu führt das? Beispiel aus der evangelischen Kirche, Braunschweiger Domkantor, inzwischen mit einem Mann nach deutschem Eherecht, Ehe für alle, verpartnert, möchte ein Kind. der Landesbischof hatte dem noch lebhaft zugestimmt, bekommt jetzt aber großes Muffensausen, deshalb, weil natürlich dieses Kind per Leihmutter in Kolumbien gezeugt werden soll. Die deutschen Bischöfe hätten in einem solchen Fall, die sich in dieser Weise gebunden haben, keine arbeitsrechtlichen Möglichkeiten jenseits des deutschen Sexualstrafrechts mehr, um in einem solchen Fall zu intervenieren. Das heißt, sie müssten die Leihmutterschaft de facto anerkennen, was ethisch natürlich hoch problematisch ist, weil hier eben soziale und biologische Elternschaft getrennt werden, das gibt ganz komplizierte Verhältnisse, vor allen Dingen, wenn man an die Kinder denkt, wenn man wirklich am Kindeswohl orientiert ist. Und jetzt kommt der Hammer, jetzt halten Sie sich fest. Die deutschen Bischöfe haben ja in letzter Zeit mehrmals Post bekommen, Post aus Skandinavien, aus Polen, aber auch weltweit. Inzwischen von über 101 sind es, ursprünglich waren es mal 74 Bischöfe und kardinell jetzt sind es 101, die es inzwischen unterzeichnet haben. Und darauf hat er Georg Betzing, der Vorsitzende der Bischofskonferenz geantwortet und zunächst einmal hat er einfach im Wesentlichen die Dinge klein geredet, also beschwichtigt, gesagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, wir sind selbstverständlich in der Communio und wir wollen darin auch bleiben und es wird kein Schisma geben und was wir machen ist ganz harmlos und so weiter und so weiter. Das ist nicht ganz aufgegangen, der Bischof von Denver, Samuel Aquila, hat ihm nochmal geschrieben und dann hat er nochmal geschrieben. Und Aquila hat dann sich die Netschneid nicht abkaufen lassen, das hat wirklich ziemlich punktgenau argumentiert und hat gesagt, liebe Leute, wir haben Erfahrung mit Missbrauch in Amerika und zwar ziemlich unangenehm und noch und nöcher und viel früher als ihr. Wir sind damit umgegangen und wir haben, wir sind nicht auf die, auf den Trichter gekommen, dass wir deshalb die kirchliche Sexualmoral vollständig auf den Kopf stellen müssen, wie das der zunodale Weg gerade tut. Die Antwort war dann schlicht und ergreifend, das sei doch ein bisschen einlädig und simpel, also wurde im Grunde genommen als ein Depp dargestellt, weil doch ganz klar hier ein Ensemble von systemischen Ursachen wirksam sei, dass sich Aquila hier auf die Lehre bezog, also ausdrücklich auf die Sexualethik und die Anthropologie, die dieser Sexualethik zugrunde liegt, heißt das, wenn man es logisch rekonstruiert, nichts weiter, als dass der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sagt, die Sexualethik des Katechismus der katholischen Kirche ist nichts weiter als eine systemische Ursache von Missbrauch. Das ist ein direktes Implikat seiner Rede. Das könnte man formal logisch an die Tafel malen, nicht? Also, wenn man die beiden Briefe nebeneinander hält. Und in der Tat wird das zum Framework, zum Framing jetzt durchweg, Sie kriegen das dann, also er spricht das noch nicht aus, deshalb muss ich es logisch rekonstruieren, aber das wird ein, das ist ein durchgehender Topos, der immer wieder benutzt wird, gesagt wird, im Grunde genommen ist diese hergebrachte Sexualethik, von der ich überzeugt bin, dass sie vor allen Dingen in der Gestalt der Theologie des Leibes von Johannes Paul II., der humane Entwurf, der zutiefst humane Entwurf menschlicher Sexualität ist, von dem wird gesagt, er ist im Grunde genommen übergriffig und er stellt eine Form psychischer Gewalt dar, so zuletzt in einem Kommentar auf katholisch stehe. Da bricht also gerade etwas auseinander, da bricht etwas auseinander und was ist, womit haben wir es hier zu tun? Wenn wir tiefer blicken, dann ist diese Entethisierung des Christentums eigentlich ein Zerfall einer Einheit, die religionsgeschichtlich, phänomenologisch zunächst einmal in sehr alter Zeit, in der sogenannten Achsenzeit erreicht worden ist. Sie kennen vielleicht diesen Ausdruck Achsenzeite, es Ihnen vielleicht schon mal irgendwo begegnet. Karl Jaspos vom Ursprung und Sinn der Geschichte 1960, die Zeit so etwa zwischen 800 und 200 vor Christus, in der in allen möglichen Kulturen, in Israel, glaube ich als Theologe sicher auch unter dem Einfluss von einem Ereignis, das wir Offenbarung nennen, aber in Griechenland, in Israel, im gewissen östlichen Kulturen und so weiter, unglaublich was passiert. Und was da zum Beispiel im religiösen Bereich passiert, ist, dass eine etwas zur Einheit findet, was vorher zerfallen ist, nämlich das Heilige und das Gute. Das Heilige und das Gute. Nämlich, dass das Heilige und das Gute zusammen sind, eine Wirklichkeit sind, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Gucken Sie sich mal den homerischen Götterhimmel an, nicht? Oder das Enomaelisch, also das Schöpfungs-Epos der Babylonier, also wenn sich den homerischen Götterhimmel, dann finden Sie alles andere als heiligmäßige Gestalten, nicht? Das heißt also, dass das Heilige und das Gute zusammen sind, ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und das, was also sozusagen hier zivilisatorisch erreicht worden ist, und wie gesagt, ich meine in Israel in der besonderen Form, dass da noch ein anderer mitgespielt hat und in Form von Logospermatikoi auch in anderen Kulturen, was da passiert ist, das wird jetzt im Grunde genommen revidiert. Das muss man sich, das muss man sich mal zivilisatorisch vorstellen. Das heißt, wir gehen zurück, wir gehen weg von einem Modell, das da sagt, der heilige und gute Gott offenbart sich und handelt in der Welt und setzt von dort aus einen lebendigen Prozess frei, den wir Kirche und Tradition nennen, nicht? In dem immer wieder dieser Ursprung vergegenwärtigt wird und in den Menschen hineinfinden können. Dieses Grundmodell, das zum Beispiel den großen Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen, Gentium, Dei, Werbung zugrunde liegt, das wird jetzt revidiert zugunsten eines Modells von Religion als einer menschlichen Grundkonstante, die aber nicht mehr verbunden ist mit der Frage nach dem Guten. Wenn zum Beispiel katholische Jugendorganisationen in Deutschland plötzlich von Gottsternchen, also Gottgendersternchen oder Gottplus sprechen, dann zeigt das an, dass das, was in diesem großen Schritt passiert ist, nämlich die Entdeckung der Einheit Gottes, anfängt wieder in eine Polyvalenz zu verfallen. Im Grunde genommen ist dieses, natürlich macht man das nicht mehr, weil man nicht mehr irgendwie einen Götterhimmel malen möchte. Das macht man nicht in der Weise, dass jetzt plötzlich da mehrere Göttergestalten rumlaufen. Aber diese Vorstellung einer unaufhebbaren Pluralität von Gottesbildern, dass sich in diesem, vor allen Dingen auch jetzt zum Beispiel geschlechtlich konnotierten Gottesbildern, dass sich in diesem Gottgendersternchen oder Gottplus ausdrückt, heißt im Grunde genommen, dass wir uns in Richtung einer, sagen wir mal, Polyvalenz des religiösen, des göttlichen bewegen, im Grunde genommen etwas ist wie eine Art Neuropolitismus. Und das zeigt genau diesen Grundvorgang, nämlich das, was das, was das, was diese, diese Vereinigung des Heiligen mit dem Guten, die maßgeblich in Israel passiert und in einer Radikalität wie auch sonst in einer keiner anderen Kultur, dass das sowohl sich auf die Gottesvorstellung als die Vorstellung der Subjekte auswirkt. Ich bin keiner mehr, der sich vor einer letzten Instanz, vor einer letzten transzendenten Instanz verantworten muss, letztlich und endlich. Und dieses, dieser eine heilige Gott, der mich fordert, zerfällt in viele Zwischentöne, die sich in verschiedensten religiösen Erfahrungsvorgängen abdrücken können. Vielleicht ganz kurz einen kleinen Text von C.S. Lewis, der zehn Jahre vor Jaspers eigentlich die Sache schon auf den Punkt gebracht hat. Aus seinem Buch über den Schmerz. Die sittliche Erfahrung, schreibt er, und die Numinose Erfahrung sind so wenig miteinander identisch, dass sie während recht langer Zeiträume existieren mögen, ohne sich wechselseitig zu berühren. In vielen Gestalten des Heidentums haben der Götterkult und die ethischen Diskussionen der Philosophen sehr wenig miteinander zu tun. Eine dritte Stufe in der religiösen Entwicklung ist erreicht, wenn die Menschen sie einander gleichsetzen. Wenn die Numinose Macht, der gegenüber sie ehrfürchtig scheu fühlen, als Wächter des Sittengesetzes verstanden wird, dem sie sich verpflichtet fühlen. Noch einmal, dies mag dir als sehr natürlich erscheinen. Was könnte für einen Wilden, der von ehrfürchtigem Schauer und von Schuld gleichermaßen gejagt wird, natürlicher sein, als zu glauben. Die Macht, die ihm scheu einflößt, sei zugleich die Autorität, die seine Schuld verurteilt. Und tatsächlich ist dies der Menschen Natur. Eigentlich natürlich, könnte man hinzuwügen. Aber es ist nicht im geringsten selbstverständlich. Tatsächliche Verhalten jenes Universums, in welchem das Numinose wohnt, hat gar keine Ähnlichkeit mit dem Verhalten, welches die Sittlichkeit von uns fordert. Ich mache einen Sprung, damit es nicht zu lang wird. Vielleicht nur ein einziges Volk, und da sieht man, was auf dem Spiel steht, vielleicht nur ein einziges Volk hat als Volk den neuen Schritt mit vollkommener Entschiedenheit getan, die Juden. Aber große Persönlichkeiten haben ihn zu allen Zeiten und an allen Orten gleichfalls vollzogen. Und nur jene, die ihn tun, sind sicher vor den Obszönitäten und Barbareien unmoralischer Kulte und vor der kalten, traurigen Selbstgerechtigkeit eines bloßen Moralismus. Gemessen an seiner Früchte ist dieser Schritt ein Schritt zu höherer Gesundheit. Und wenn auch die Logik uns nicht zwingt, ihn so zu tun, so ist es doch sehr schwer, ihm zu widerstehen. Noch einmal, ich überspringe wieder ein paar Sätze, es ist entweder eine Verrücktheit, den Menschen angeboren und seltsam glücklich in ihren Früchten, oder ist es eine Offenbarung? Wenn aber eine Offenbarung, dann trifft es auf eine höchst wirkliche und wahre Weise zu, dass in Abraham alle Völker gesegnet sein sollen, denn es waren die Juden, die ganz und gar unzweideutig das Furchterregend Gegenwärtige, welches schwarze Berggipfel und Gewitterwolken heimsucht, Psalm 29, wunderbar, gleichsetzen mit dem gerechten Herrn, der die Gerechtigkeit liebt. Also, hier zerfällt etwas, was ein ganz großer Schritt ist, in der der Mensch als Subjekt vor dem Heiligen Gott konstituiert wird und ihn erstmals in dieser Weise findet. Das droht jetzt zu verschwinden. Kirche wird dabei zur Verwalterin von Religion, nicht? Und wenn das so ist, dann muss sie sich, dann kann sie gar nicht anders, als sich mit einem radikalen Schwenk der Mainstream-Kultur anpassen, weil sie sich nur auf diese Weise für ihren Religionsverwaltenden Dienst legitimieren kann. Und ich befürchte, genau das ist das, was gerade in den Köpfen vieler vorgeht. Noch einmal eine Legitimationsbasis zu finden für eine Kirche, die im Wesentlichen die Reste, ich habe das jetzt mal ein bisschen frech, spätbürgerliche Religionsreste genannt, die Reste bürgerlicher Religion verwaltet, sozusagen. Und wenn wir jetzt diesen Anpassungsschwenk machen, sind wir vor der Gesellschaft noch einmal sind wir vor der Gesellschaft noch einmal legitimiert. Wie kommt das alles? Wie kann das sein, dass erstens diese Einheit von Heiligkeit und Gutheit so errungen werden muss und auf der anderen Seite sie offensichtlich gar nicht selbstverständlich ist und immer wieder gefährdet? Dazu müssen wir zu Adam und Eva zurück. Oder ich möchte genauer sagen, wie Paulus den Sündenfall deutet. Tatsächlich geht Paulus aus in Römer 1 von einer ursprünglichen Einheit von Wahrnehmung, geistiger Verarbeitung der Wahrnehmung und etwas. Er sagt, damit ist was passiert. Da heißt es, denn Gottes Zorn enthüllt sich, 1,18 folgende, denn Gottes Zorn enthüllt sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Ist doch das, was sich von Gott erkennen lässt, ihnen offenbar. Gott selbst hat es ihnen kundgetan. Denn sein unsichtbares Wesen, seine ewige Macht und Göttlichkeit sind seit der Erschaffung der Welt an seinen Werken durch die Vernunft zu erkennen. Das ist nicht gut übersetzt. Man muss eigentlich sagen, mit den Augen der Vernunft. Also es ist ein Wahrnehmungsvorgang, der hier gemeint ist. Ein Wahrnehmungsvorgang. Sie sind darum nicht zu entschuldigen, weil sie trotz ihrer Erkenntnis Gottes ihn nicht als Gott verherrlichten und ihm nicht danken. Das wäre genau also wahrnehmen, geistig verarbeiten und sich selber überschreiten in Dank und Lobpreis. Das wäre die integrale Bewegung gewesen, die Paulus beschreibt. Und jetzt sagt er, das ist zerbrochen. Das ist eigentlich seine Deutung des Sündenfalls. Das ist diese Einheit von Wahrnehmung, geistig verarbeiten, sich hingeben, danken, Lobpreisen, sich über sich hinausgehen, sich selber transzendieren auf den Grund hin, der mir da entgegenkommt. Das wäre die Aufgabe des Menschen gewesen. Das geschieht nicht, das bricht auseinander und damit fängt der ganze Kladderadatsch an. Und damit brechen, damit bricht das Heilige und das Gute auseinander. Das ist genau das, was er dann in den folgenden Versen beschreibt. Nicht, wenn er sagt, und Gott, nicht weil er böse ist, sondern weil die Folgen dieses Sündenfalls zur Wirklichkeit werden, überlässt sie der Nichtigkeit ihres Herzens, der Verfinsterung ihres Herzens. Das heißt, also diese Dynamik der verweigerten Selbsttranszendenz, die wirkt sich darin aus, dass der Mensch am Ende zum Götzenproduzenten wird. Das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Das ist das menschliche Grundproblem. Das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik und das ist die menschliche Grundaufgabe. Und die muss immer die Frage ist, wie man die lösen kann. Weil genau das passiert. Und dann bleibt der Mensch religiös. Da bleibt der Mensch religiös. Aber er realisiert nicht mehr, dass in der Dynamik seines religiösseins eigentlich ein Überstieg auf das unbedingt Gute passieren müsste. In dieser famosen Achsenzeit passiert nun ein Gegenschlag gegen diese Grundbewegung, gegen diese Religiösität, die sich losgelöst hat vom Guten und so weiter. An zwei Stellen. Einer habe ich schon genannt. Israel. Was ist die Tora? Verstehen wir oft nicht so ganz richtig. Die Tora ist nicht ein Kuddelmuddel, eine Addition von Geboten und Verboten. Das ist sie auch, aber das ist sehr äußerlich. Sondern die Tora ist die Lebensform, die Gott geschenkte Lebensform des Gottgedenkens. Das heißt also, das erste Angebot Gottes, um aus dieser ursprünglichen Katastrophe herauszuführen, Menschen in eine Lebensform zu führen, die es möglich macht, dass sie vor ihm gehen können, immer tiefer in seine Gegenwart hinein. Das ist der Sinn von Tora. Die Tora stiftet die Lebensform des Gottgedenkens in Israel. Wir haben einen Parallelvorgang, aber ganz anders geartet ist, der doch etwas meines Erachtens auch mit Gott zu tun hat. Eben der Justine Märtyrer von den Logos Bermatikoi spricht, dass wir in Griechenland auch die Entdeckung haben, dass die höchste Wirklichkeit das Gute jenseits des Seins ist. Berühmte Formulierung aus der Politeia von Platon. Die Blickwendung, die der Lehrer von Platon, Sokrates, gewonnen hat, weg von der alten Naturphilosophie hin zu der Frage, wo will die Wirklichkeit eigentlich hin, wo realisiert sie sich und was hat das mit dem menschlichen Herzen zu tun? Das artikuliert er in der Frage, was ist die Tugend? Aber Platon hat gesehen, dass diese Frage, was ist die Tugend, sich nicht nur auf die Frage unserer moralischen Existenz auswirkt, sondern genauso eine neue Perspektive auf die Wirklichkeit insgesamt mit sich bringt. Entdeckung dessen, was wir in der Tradition Naturrecht nennen. nicht? Also eben, da ist eine, wenn wir über Ethik streiten, da ist ein Kriterium, das liegt in uns selbst, in der Dynamik unseres Seins auf Erfüllung hin. Wie kommen die beiden zusammen? Diese beiden Richtungen durch das, was wir Weisheit nennen. Weisheit. Weisheit ist natürlich, das wäre jetzt auch wieder ein langer Exkurs, ein biblisch nochmal tief gegliederter Begriff, nicht? Weil Weisheit immer wieder in Torheit umschlagen kann, wenn sie nicht demütig ist. Nicht? Was macht Weisheit aus? Erfahrung, Reflexion aus Prinzipien und Demut. Diese drei Größen. Ja, aber damit wäre es doch eigentlich schon geleistet, oder? Ist doch wunderbar. Jetzt haben wir also das ursprüngliche Religionschaos beseitigt. Wir haben in Israel die Tora, als die große Gabe Gottes zur Lebensform des Gottgedenkens und wir haben in Griechenland das Naturrecht. Es gibt dem Ganzen auch nochmal Rationalität und damit haben wir das Problem doch eigentlich gelöst. Mit der großen offenen Frage, dass das, was aus uns geworden ist in dieser ursprünglichen Katastrophe, das Paulus Fleisch nennt, Sargs, Hebräisch, Bazar, noch nicht bewältigt ist dadurch, dass das Gesetz auftaucht. Das Gesetz als Tora, was mehr ist als Gesetz, viel mehr als Gesetz, nämlich Weisung und das Gesetz als ethische Norm in Griechenland. Paulus hat darüber ein ungeheures Kapitel geschrieben, das eines der tiefsten Anthropologien enthält, die ich überhaupt kenne. Das ist das siebte Kapitel des Römerbriefs. Nicht? Und da geht es um Fleisch und Gesetz. Und was er da zunächst einmal geradezu auf geniale Weise zelebriert, ist, dass dieses Verhältnis von Fleisch und Gesetz, und daran arbeiten wir uns gerade gegenwärtig ab, eine Aporie darstellt. Das Fleisch ist für Paulus der Mensch, der in die Selbstbezüglichkeit geraten ist und da nicht mehr rausfindet, der also nur noch um sich dreht. Das heißt Fleisch. Das ist also nicht ein Teil des Menschen, sondern es ist der ganze Mensch unter diesem Aspekt. Und jetzt auf diesen Menschen trifft das Gesetz. Und jetzt sage ich nicht die Tora, sondern das Gesetz, Nomos. Das Nomos, das ist die harte Forderung, die mich von außen trifft, die Norm, die mich von außen trifft. Was macht das mit mir, wenn das Fleisch gleichzeitig auch der Ort meiner erfahrenen Vitalität ist? Also da, wo ich begehre. Ungeordnet, würden wir theologisch sagen, selbstverständlich. Das ist ja gerade das Problem. Aber doch so, dass sich in diesem Begehren meine Lebendigkeit erfährt. Und jetzt trifft auf diese erfahrene Lebendigkeit, die zugleich chaotisch ist und problematisch ist, weil sie selbstbezüglich ist, das Gesetz. Und dann tötet das Gesetz. Nomos tötet. Und zwar entweder, indem ich mich unterwerfe. Und wenn ich mich unterwerfe, dann ist mein, dann ist meine Lebendigkeit geopfert. Oder ich rebelliere. Auch das ist möglich. Diese ganze Frage, dass diese ganze Frage heute an den Menschen sich darstellt, die in ganz besonderer Weise ihr Anderssein erfahren, zum Beispiel aufgrund ihrer sexuellen Identität ist auch klar, wieso die sich wehren. Wenn denn christliche Ethik nur Gesetz in diesem Sinne wäre. Nur die von außen treffende, die von außen treffende Sollensnorm, die sagt, Vogel friss oder stirb. Und dann bin ich entweder in meiner Lebendigkeit tot oder ich unterwerfe mich oder ich rebelliere. Und genau das ist ja das Schicksal katholischer Moraltheologie nach dem Spätmittelalter gewesen. Eine Reduktion im Wesentlichen auf die Dialektik von Gesetz und Gewissen. Einen der großen Lehrer der Moraltheologie im 20. Jahrhundert möchte ich dazu zitieren. Das sollten wir uns doch kurz anschauen. Das ist Pater Serves Pinkers, OP, Dominikaner, Fribourg, lange Zeit doch Professor gewesen, einer der Hauptautoren der Moral des KKK und auch einer der Hauptautoren von Veritatis Splendor. Also jemand, dem Johannes Paul sehr stark vertraut hat. Und der für mich einer der größten Moraltheologen des 20. Jahrhunderts ist, den man im deutschsprachigen Raum nicht kennt. Genau wegen dieser beiden Dinge, der ist verdrängt, denn von dem will man nichts wissen. Aber das ist ein durchaus kritischer Geist, wie wir sehen in diesem Text hier. Den Hauptvorwurf, den man der Sollensethik, das ist genau die Ethik des Gesetzes, der Hauptvorwurf, den man der Sollensethik machen kann und gleichermaßen der Pflichtethik, der Ethik der Imperative und Normen ist die beträchtliche Verengung der Moraltheologie. Da sich diese Sittenlehre auf die Verpflichtungen beschränkt, hat sich von allem, was über die im Gesetz festgelegten Forderungen hinausgeht, losgelöst. Vom Streben nach Vollkommenheit, das nunmehr einer Elite vorbehalten ist, von der mystischen Bewegung des Herzens, die so eng mit der Liebe verbunden ist, von der Spiritualität im Allgemeinen. Sie hat die wesentlichen Fragen aus dem Augen verloren. In den Handbüchern sind die Traktate über das Glück und die Bestimmung des Menschen verschwunden, ebenso über das Gesetz des Evangeliums, die Gnade und die Gaben des Heiligen Geistes. Der Gehorsam gegenüber dem Gesetz hat gegenüber der Liebe, denken Sie an unsere Oration eben, der Liebe und den Tugenden den Vorrang gewonnen. Das Thema der Freundschaft ging verloren. Die soziale und kirchliche Dimension des christlichen Lebens wurde vernachlässigt. Die Beziehung zwischen Moraltheologie und Heiliger Schrift wurde auf wenige Zitate reduziert. Dabei blieben die reichhaltigsten und ausdrucksstärksten Passagen des Evangeliums unberücksichtigt. Die Bedeutung des Glaubens für die Moral wurde aufgrund einer zu scharfen Trennung von Dogmatik und Moraltheologie weitgehend von missachtet. Die pastorale Dimension der Sakramente und der Liturgie wurde meist lediglich aus kirchenrechtlicher Sicht betrachtet. Die Aufgabe der Erneuerung in der katholischen Moraltheologie besteht daher darin, zu den Grundlagen der Sittenlehre zurückzukehren, um so den gesamten Wirkungsbereich wiederzugewinnen, und zwar sowohl auf der Grundlage der menschlichen Erfahrung als auch der christlichen Offenbarung. Also diese Reduktion von Moral und Ethik auf eine reine Säulenslehre, die ist fatal, weil sie diese Dialektik, diese paulinische Dialektik, die eine reale Wirklichkeit ist in uns, zwischen Fleisch und Gesetz nicht bewältigt. Was gäbe es für Alternativen? Und natürlich müssen wir Jesus fragen. Und der hat dazu Klarstellung genommen. Nämlich der bringt sich ja ein in die Diskussionen seiner Zeit, in die halachischen Diskussionen seiner Zeit mit seinen pharisäischen Sparing Partners. Und denen ist er durchaus nicht so fremd, sondern eher nah. Aber es gibt eine entscheidende Differenz und die macht er namhaft. Die Pharisäer versuchen die Tora zu stärken, indem sie ihren normativen Apparat noch weiter ausbauen. Das ist der berühmte Zaun um die Tora. Das ist hochnobel, ein hochnobles Anliegen eigentlich. Also zum Beispiel, indem die priesterlichen Reinheitsvorschriften jetzt für alle frommen Juden gelten soll. Und so weiter und so weiter. Also man versucht sozusagen den kasuistischen normativen Apparaten noch einmal zu stärken. Und Jesus sagt ihnen, nein Leute, das funktioniert nicht. Wieso funktioniert es nicht? Weil euer Herz nicht in Ordnung ist. Markus 7, die berühmte Perikope über die Reinheitsvorschriften. Wo er dann sagt, wo kommen, er hebt nicht, wie die liberale Theologie gesagt hat, die Differenz von rein und unrein auf. Er nimmt sie nur heraus aus der äußeren, sozusagen Religionsgeografie des äußeren Lebens und verankert sie im menschlichen Herzen. Und sagt, wenn die Tora erfüllt werden soll, was er ja Matthäus im Matthäus Evangelium klar sagt, wenn die Tora erfüllt werden soll, dann kann sie nur durch eine Reformation des menschlichen Herzens erfüllt werden. Das heißt, das menschliche Herz muss umgewandelt werden. Die Menschen müssen verwandelt werden, die Herzen müssen neu werden, damit das Gesetz getan werden kann, dass es auf neue Weise getan werden kann. Damit liegt er in einer Linie, die im Deuteronomium, dem Meditationsbuch des Pentateuch, das Deuteronomium ist ein Meditationsbuch, wo es dauert, um die Verinnerlichung der Tora geht, nicht um das Herz. Höre Israel, der Herr, dein Gott ist ein einziger Gott. Du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Herzen und so weiter und so weiter. Sowas zieht sich hier durch. Und dann natürlich Ezechiel und Jeremia, nicht in der Vorstellung vom Neuen Bund, die sagen, die Tora kann nur getan werden, wenn sie durch den Geist Gottes ins Herz kommt. Das heißt also, wie wird das menschliche Herz geformt und umgeformt, sodass es das Gute tun kann? Das ist unsere Frage. Also nicht, nicht welche nur, das ist auch eine Frage, aber sie ist eine zweite Frage. Also nicht nur, was gilt, welche Normen gilt noch und welche nicht und wo ist irgendwo der Graubereich, sondern wie richtet sich das menschliche Herz auf das Gute aus? Und die Antwort der Alten ist durch die Tugend. Die ganze klassische Ethik vor der Neuzeit bis, sagen wir mal, Thomas von Aquin, zweiter Teil der Summa Theologie insbesondere ist Tugendethik, nicht? Joseph Pieper hat es auf den Punkt gebracht. Sie haben es auch auf dem Blatt. Diese sieben Thesen, das ist der Umriss des guten Menschen durch das Zusammenspiel von Kardinaltugenden und theologischen Tugenden, bedeuten, dass die Ethik der klassischen Theologie als Darlegung des Menschenbildes wesentlich Tugendlehre ist. Näher hin, dass sie das Schriftwoch von der Vollkommenheit des Christen interpretiert durch das siebenfältige Bild der drei göttlichen und der vier Kardinaltugenden. Es ist, glaube ich, eine nicht unwichtige Bemühung, schreibt er, dieses großgeartete, aber vielfach übermalte Fresko des Menschenbildes der klassischen Theologie, dem Gemeinbewusstsein unserer Zeit wieder in seiner ursprünglichen Gestalt vor Augen zu bringen. Weil diese Interpretation des letzten menschlichen Richtbildes nicht nur gültig geblieben ist, sondern weil es, wie ich glaube, geradezu lebensnotwendig ist, für uns dieses Menschenbild wieder klar zu sehen und zu bejahen. Wieso? Weil das Zusammenspiel der Tugenden wirklich ein Bild gelingenden Menschseins darstellt. Tugenden sind Gestalten des Gelingens. Plötzlich geht es, wenn man Tugendethik betreibt, was eben die Reflexion über Normen nicht ausschließt, überhaupt nicht, aber die kommt an einer anderen Stelle. Wenn man Tugendethik betreibt, dann fragt man nach dem Gelingen des Menschen als Ganzen. Wie kann der Mensch glücken? Wie kann der Mensch glücken? Das ist die Frage, die die Tugendethik beschäftigt. Und nur das ist auch das, was christliche Ethik heute, ist meine feste Überzeugung, plausibel machen kann. Wir können uns den Mund fusselig argumentieren und wir haben oft sehr, 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 sehr gute im Einzelnen Argumente, philosophische und theologische Art, viele Positionen. Aber wir können uns den Mund fusselig argumentieren, wenn wir nicht darstellen können, dass durch christliches Leben Leben gelingt. Und deshalb mein ursprünglicher Titel, jetzt ich habe es abgewandelt in das gerettete Fleisch, aber mein ursprünglicher Titel war ja nur Lebensformen sind plausibel. Das ist jetzt die siebte Überschrift. Nur Lebensformen sind plausibel, weil nur Lebensformen eben zur Darstellung bringen können, das Leben gelingen kann. Und das zieht Menschen an und das zieht sie bis heute an. Deshalb ist es eben so, dass, wo sage ich das, dass, wo Kommunitäten da sind, deren, die in ihrem Lebensvollzug zeigen, dass durch ihre Lebensform Leben gelingen kann, naja, da ist Segen drauf und da wächst es und gedeiht es. Übrigens kennt das Neue Testament nur wachsende Gemeinden. Wir müssen uns auch mal darüber nachdenken, was das eigentlich heißt, wenn das bei uns nicht so ist. Die letzte oder vorletzte Bemerkung, die ich machen möchte, damit komme ich auch eigentlich schon zum Schluss. Die letzte Bemerkung, die ich machen möchte, ist, aber natürlich reicht auch die Tugend noch nicht. Mit den Tugenden haben wir eine Gestalt des menschlichen Gelingens vor uns. Aber wie komme ich jetzt zur Tugend? Wie kann, oder jüdisch gefragt noch einmal, wie kann die Tora wirklich werden? Und das, was Jeremias sagt, das, was Jesus sagt und das, was Ezechiel sagt, das sagt auch Thomas von Aquino, der bringt sie eine theologische, großartige theologische Formel. Der sagt, das neue Gesetz ist die Gnade des Heiligen Geistes. Das heißt, genau diese Aporie, die entsteht, wenn das bloße äußere Gesetz auf das Fleisch trifft, ist nur lösbar, wenn ich eine Dynamik des Guten von innen her habe. Eine nicht, was wir dann die ausgegossene Liebe des Heiligen Geistes ins Herz nennen oder wie auch immer. Auf jeden Fall nur dann, wenn eben genau wie in unserer Oration, wo es hieß, dass wir lieben, was du befiehlst, wenn das möglich wird, weil es von innen her ergriffen werden kann als mein Gutes, selbst wenn ich es manchmal nicht begreife, aber ich vertraue diesem Gott, der mich ruft und dem ich mich übergeben kann und dem ich in Liebe antworten kann. Nur dann ist meine, ist diese Aporie von Vitalität und Gesetz aufgehoben. Dann kann Menschsein verwandelt werden, dann kann Menschsein neu werden, dann kann Menschsein heil werden. Aber das kann alles wiederum nur, und damit komme ich zum Schluss, geschehen in einem kommunalen Raum. Das schafft niemand alleine. Das schafft niemand alleine. Und deshalb müssen wir weg von einem Modell von Kirche, das bei uns lange Zeit funktioniert hat und inzwischen völlig dysfunktional geworden ist, von einem Modell von Kirche, in dem im Grunde genommen religiöse Experten Menschen religiös betreuen. Sondern wir müssen in eine Kirche, in der Menschen Jüngerinnen und Jünger Jesu werden. Das ist der entscheidende Punkt, weil eine solche Kirche ist kein statisches Gebilde mehr, wo ich einfach nur, unsere Freunde vom Synodalen Weg haben eine Not, die haben eine ganz tiefe Not sogar. Die regt mich manchmal auf und macht mich sehr zornig, aber sie haben eine echte Not. Die sagt, der Gap, der ist so zwischen Kultur und Kirche ist so auseinandergegangen, ich muss den jetzt schließen, weil ich sonst werde ich eine Sekte. So. Und Kirche ist hier statisch gedacht. Deshalb kann ich eigentlich nur die normativen Claims verschieben in Richtung Mainstream-Kultur. Nein, wir müssen Kirche wieder denken, was sie am Anfang war. Was ist der älteste Name von Kirche im Neuen Testament? Apostelgeschichte, der Weg oder der neue Weg. Bevor man die Christen Christen nennt in Antiochien, heißt die Kirche der neue Weg. Das heißt, Christen gehen Wege. Christen sind unterwegs. Die gehen einen Lebensweg, auf dem es Heilung, Wachstum und Jüngerschaft gibt. Und deshalb brauchen wir für eine erneuerte Ethik, in der christliche Ethik wieder plausibel werden kann. Eine erneuerte Kirche. Eine Kirche, die die Dynamik des Wachstums, des Weges und der Jüngerschaft wiederentdeckt. Und dann können wir von ganzem Herzen unsere Oration beten. Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst und ersehen, was du uns verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Erzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Darauf sage ich Amen und ich danke Ihnen. Applaus Herr Professor Brüske, wir danken Ihnen für diesen unglaublich mutigen und inspirierenden Vortrag, der uns wieder in diese Jüngerschaftsschule der jungen Kirche mit hineingenommen hat, in diese Dynamik des Aufbaus. Und das macht Mut und gibt Perspektiven. Ich hoffe, dass es hier auch einige Fragen gibt, weil ich meine, das ist eigentlich eine Schule, die uns allen gut tut. Ja, ich hätte gleich mehrere Fragen. Ich versuche, das zu systematisieren. Also Sie haben erst bei der Beobachtung landeskirchlicher Protestantismus mit dem synodalen Weg gleichgesetzt. Da habe ich in Formallogisches Problem, weil der Protestantismus von Anfang an, was die Moral betrifft, ganz anders aufgestellt ist wie die katholische Kirche. Und es ist ja eher das Problem, dass durch falsche ökumenische Einstellungen oder Gesten oder Feiern suggeriert wird, als ob es das Gleiche wäre. Wenn ich nur kurz sagen darf, Martin Luther hat ja vom Gesetz vorwiegend auch gesprochen, dass mich der Sünde anklagt, dass es nicht rettend ist. Und deshalb das Evangelium, was nur der Zuspruch ist, dann ist der Streit, ob es den Tertius, Usus legis gibt, beim Evangelischen, was dann Calvin sehr stark und so weiter. Und da gab es ja schon von Anfang an einen Antinomerstreit schon, dass die Protestanten darüber diskutiert haben, oder Lutheraner schon in der Generation Martinus, dass man das Gesetz komplett abschaffen soll. Also es war von Anfang an ein Problem, man hat es von Anfang an quasi nie anders gehandhabt wie in der katholischen Kirche. Und deshalb ist das, was im Protestantismus jetzt läuft, nur eine logische Schlussfolgerung, die schon Luther initiiert hat und die ja auch nicht zu Lebzeiten eingedämmt hat, sondern pragmatisch dann vorgegangen ist. Und das ist das eine zum ersten Punkt. Das Zweite, das mit der Einheit des Heiligen, mit dem Guten verstehe ich nicht so gut, die Entdeckung dieser Einheit, ist das jetzt eine religionswissenschaftliche Herangehensweise an die Bibel, genauso wie die Tora stiftet Lebensformen des Gottesgedenks. Also das habe ich auch noch nie gehört. Also ich kenne alles Mögliche mit der Tora, aber ich kenne das jetzt auch so, dass wir ja eigentlich als Christen ja nicht von der Tora sprechen, wir haben ja auch gesagt, jüdische Interpretation, aber wir sprechen ja bewusst auch vom Alten Testament mit dem Neuen Bund und so. Das sind also Kategorien eingeführt, die im Protestantismus umstritten sind, in der katholischen Kirche, vielleicht bin ich zu kurz noch katholisch, aber glaube ich auch nicht Usus ist. Also daher, oder Jesus in der halachischen Diskussion, das ist so ein rabbinisch-artiger Versuch der Auslegung des Neuen Testaments. Aber wir haben doch das Lehramt und wir haben doch da klare Vorgaben und das mit der Jüngerschaft kennen wir doch auch schon lange. Also ich weiß jetzt nicht, ich erkenne jetzt nicht, dass das jetzt die Lösung ist für das moralische Dilemma. Ja, ich erkenne eher nur so, dass eben diese, wie Lehramte, die traditionellen, eben wie Sie zitiert haben, dass auch Bischöfe sich da entfernen von ihren Weihgelübden und Vorgaben oder Verantwortungen, dass das eher das Problem ist. Weil mit Jüngerschaft habe ich... Ja, das spielt nur de facto bei uns im... Das spielt nur de facto keine Rolle. Natürlich, ich habe ja auf die Herkunft der These von der Achsenzeit verwiesen und habe ausdrücklich gesagt, dass ich jetzt für Israel der Meinung bin, dass das etwas mit Gottes Wort zu tun hat. Aber einige Dinge waren doch auch recht problematisch, die Sie jetzt gesagt haben. Also erstens glaube ich, was das Luthertum angeht, muss man den Tartius Usus Legis natürlich mitbedenken. Und für den Kalvinismus gilt das erst recht. Kalvinismus schaltet das Gesetz in dieser Weise nie aus. Ja, aber eben, was setzt sich als Normalposition durch? Und natürlich haben wir de facto einen lange Zeit auch hohen ethischen Anspruch, auch im Luthertum. Ich glaube, da kann historisch keinen nicht ernsthaften Streit drüber geben. Na gut, dann müssen wir jetzt kirchengeschichtlich über die Quellen. Nicht, aber das scheint mir erheblich zu einfach zu sein. Und zweitens ist eben, Jungerschaft ist keine Kategorie bei uns. Wir sind, wir haben, unser Problem ist, dass wir eine Kirche sind, die vielfach, die vielfach, in der vielfach Menschen sakramentalisiert worden, aber nicht evangelisiert worden sind. Nicht, und dass wir zum Beispiel schon Anfang der 50er Jahre, wohlgemerkt, in den Zeiten lange vor dem Konzil, etwa die Katecheden des Deutschen Katechedenvereins, es waren Praktiker, die ihre Tun reflektierten, sagen, unsere Katechese ist inzwischen praktisch wirkungslos. Nicht, die ganze schulische Katechese funktioniert nicht mehr. Das heißt, wir haben natürlich lange Zeit eine Krise schon vorbereitet. Das ist ja nicht einfach so, dass irgendwie 1970 oder so die Krise vom Himmel fällt, sondern das bereitet sich alles lange vor. Und da verändern sich soziologische Faktoren, die eine bestimmte Form der Sozialgestalt von Kirche mehr oder weniger wirkungslos machen. Und nach Lumen Gentium VIII gehört selbstverständlich die gesellschaftliche Verfasstheit der Kirche, das heißt also auch ihre soziologische Beschreibbarkeit, selbstverständlich auch zu ihrem Wesen. Das kann man nicht auseinander dividieren. Und selbstverständlich kann es deshalb eben diese Dysfunktionalität geben. Und wir haben auf diese neue Situation, die mit dem Umbruch der nordatlantischen Gesellschaften nach 1945 eintritt, in den 60er Jahren akut, wird sich im Symboljahr 68 fokussiert, da wird hier in unserem Raum, in unserem Kulturraum, ein Modell von Kirche mehr oder weniger innerhalb von wenigen Jahren dysfunktional, das bis dahin sehr stark funktioniert hat. Also mindestens mal seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine hochgradige soziale Integration der Katholiken geleistet hat und plötzlich nicht mehr leiden und alle wundern sich. Und alle wundern sich und stehen wie der Ochs vom Berg. Und dann fragen sie sich, was passiert hier eigentlich? Oder sie fragen es sich nicht, sie fragen es sich bis heute nicht. Sie glauben bis heute, meine Kritik am synodalen Weg, sie glauben bis heute nur dadurch, dass sie dieses klassische Modell jetzt ein bisschen modernisieren, indem sie alles Mögliche an Tafelsilber wegschmeißen, dass sie den Laden wieder flott kriegen. Das wird aber nicht funktionieren, weil wir in einer Wirklichkeit leben, schlicht und ergreifend einer Wirklichkeit, wie sie ist, in der Menschen nur zum Glauben finden, wenn sie eine persönliche Vergewisserung erfahren und nicht mehr, wenn sie einfach in einen Sozialverband hineinsozialisiert werden. Wie das beispielsweise im Kanton Fribourg, wo ich lebe, noch vor 70, 60, 70 Jahren der Fall war. Eigentlich überall in der katholischen Welt der Fall war. Und deshalb ist Jüngerschaft ein Thema, und zwar ein ganz wichtiges Thema, das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Natürlich hat das enorme spirituelle Vorläufe. Wenn wir daran denken würden, was wir eigentlich an Schätzen in der Tradition haben, an persönlichem Christentum, von Ignatius über Teresa, über François de Sales, über die École Française, über die frühen Statienser, die wunderbaren Isaac von Stella und so weiter und so weiter und so weiter, dann hätten wir das Problem nicht. Aber wir haben es, weil diese Schätze eben nicht wirksam werden, großkirchlich gesehen. Also, ich danke Ihnen vor allem für dieses schöne Bild von der Vereinigung von dem Guten und dem Heiligen. Und ich denke da irgendwie zurück an Robert Spemann, der uns das damals nahegebracht hat, dass ja die griechische Philosophie ganz anders funktioniert hat als Kant. Bei Kant geht es nur immer um diese eisenharte Pflichterfüllung ohne jede Freude, sondern einfach so knallhart, ich tue etwas und dann ist es gut, wenn ich daran keine Freude habe. Und die griechische Philosophie hat verbunden, das Gute und den Glück und den Sinn. Genau. Das heißt, indem ich etwas Gutes tue, entdecke ich eigentlich die Freude, etwas Pneumatisches ist da in meinen Augen auch dabei, da bekomme ich irgendwie ein Glücksgefühl, weil ich eben das Gute tue. Und das liegt einfach im Tun des Guten. Und ich glaube, dass persönlich, ich weiß es nicht, habe ich das Gefühl, dass sich da ein großer Paradigmenwechsel abgespielt hat in der Gesellschaft nach 68, dass man jetzt auf einmal zum Freudianismus übergewechselt ist, im Rahmen der sogenannten Humanwissenschaft, Psychologie. Also nur wenn ich meine Sexualität auslebe, da finde ich Erlösung. Aber die Sexualität alleine bringt keine Erlösung, sondern ich würde sagen, nur die Liebe. Eine Sexualität ohne Liebe bringt keine Erlösung, sondern irgendwie eine wirkliche Erfüllung von diesem Agape, von diesem Eros, der sich mit der Agape verbindet. Darauf hat auch Papst Benedikt hingewiesen. Und ich glaube, dass wir wieder zu dieser Freude und zu einem gelingenden Leben zurückfinden, wenn wir eben, das ist nicht lebensfeindlich, aber wenn wir eben wieder die Liebe ins Zentrum stellen. Und das hat aber auch etwas mit Erfahrung zu tun. So ist es mit einer persönlichen Erfahrung, mit einer Kirche, die Menschen einweist in die Möglichkeit, geistlich zu leben und sie zur geistlichen Selbstständigkeit führt. Das ist für mich die Stärkung der Subjekte, also die Frage, wie werden Menschen Subjekte im Glauben, sprich, wie werden sie Jüngerinnen und Jünger, um solche Erfahrungen machen zu können, die Sie gerade angesprochen haben. Das scheint mir entscheidend zu sein. Und Sie haben vollkommen recht, für Kant ist es so, dass, wenn das Gute Freude macht, eigentlich ist es nicht richtig gut ist. Nicht während es für die klassische tugendethische Tradition, also Thomas von Aquin etc., wird das Gute am Ende leicht, schön und freudig. Also gerade, wenn ich es eingeübt habe, also wenn ich in den Raum des gelingenden Lebens, Lebens, sprich der Tugend, hineingekommen bin. Und zur Liebe, ja, ich finde an der Theologie des Leibes so wunderbar, dass die Bräutlichkeit des Leibes, nicht? Die Bräutlichkeit des Leibes für Johannes Paul II. ist eigentlich die Integration von Eros und Agape. Das ist Bräutlichkeit des Leibes. Diese Bräutlichkeit des Leibes gilt für Menschen, die in der Ehe leben und für zölibatäre Menschen. Beide müssen in eine besondere Form der Bräutlichkeit gelangen. Wo eben genau, ich kann das jetzt etwas formaler, anthropologischer ausdrücken, Geschlechtsleib und Person miteinander integriert sind. Das wäre die Aufgabe. Ja, können Sie vielleicht sagen oder wiederholen, haben Sie konkrete Vorschläge, wie beim Einzelnen oder in Gemeinschaften diese Liebe zur Wahrheit und zum Guten konkret geweckt werden kann? Also ich glaube, alle Modelle oder nein, Modelle ist ein schlechtes Wort, alle realen Orte, so muss man eigentlich sagen, alle realen Orte, wo sich Kirche erneuert, sind durch bestimmte Kennzeichen. Da forsche ich gerade drüber. Also das geht auch über Konfessionsgrenzen hinweg und überall zeigen sich ähnliche Strukturen. Überall sind es kleine Gemeinschaften, in denen wirklich geistliches Leben geteilt wird. Das ist einer der ganz entscheidenden Punkte. Kleine Gemeinschaften, Lebensgemeinschaften, in denen wirklich geistliches Leben geteilt wird. In denen zusammengebetet wird, die Zusammenschrift gelesen wird, in denen zusammen auch Wege des Lebens gegangen werden. Das ist ein wichtiger Punkt. An all diesen Orten spielt das Wort Gottes eine große Rolle. Es sind also Gemeinschaften, die sich um das Wort Gottes ordnen. Natürlich dann in katholischer Weise auch die Sakramente, das ist ganz klar. Das spielt genauso große Rolle. Aber natürlich, trotzdem ist dieses gemeinsame Hören, das Hören auf das Wort Gottes, das mich jetzt, heute trifft, zum Beispiel in Weisen der Lectio Divina, nicht, das ist auch unglaublich wichtig, dann sind das alles Orte, wo Kirche wiederentdeckt, dass sie im Wesentlichen Sendung ist. Sie ist Missio. Ad Gentes II, also das große Missionsdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, sagt das in Nummer 2 ausdrücklich. Die Kirche ist die Fortsetzung der trinitarischen Sendungen. Und das ist ganz real gemeint. Und wenn sie das nicht ist, dann wird sie krank. Das ist das, was Papst Franziskus 2013 in der Vorkonklave-Rede der Berühmten als Autoreferentialität ausgedrückt hat. Also eine Kirche, die selbstreferenziell ist, die eigentlich nur mit ihrer Selbsterhaltung beschäftigt ist, die nur noch um sich dreht. Wenn sich einer nur noch um sich selber dreht, dann schneidet er sich notwendigerweise vom Grund seines Lebens ab, weil der liegt nicht in ihm selbst. Also ist tatsächlich Selbstreferentialität das Schlimmste. Und deshalb muss Kirche wieder missional werden. Nicht in einem äußeren Sinne. Also dass wir jetzt sagen, zu vielen Aufgaben kommt noch, so hat man es auf dem synodalen Weg missverstanden, was Papst Franziskus Ihnen gesagt hat. Also nicht, dass dann zu vielen Aufgaben auch noch die Aufgabe der Evangelisierung und die Aufgabe der Mission dazu kommt. Sondern, Entschuldigung, Kirche ist Mission. Kirche ist Mission. Und das ist ihr Wesen. Dass sie evangelisiert. Wenn sie das nicht mehr tut, dann fängt sie an, krank zu werden, weil sie dann notwendigerweise um sich selber kreist. Und man könnte, wenn man fragt, was hat Generalvikare, Personalchefs und so weiter in Diözesen dazu gebracht, zu vertuschen? Letztlich deshalb, weil sie genau hineingeraten sind in diese Autoreferentialität. und deshalb ist Evangelisierung eine Kirche, die wirklich von, wie Franziskus mal sagt, die Süße der Evangelisierung wieder in sich realisiert, ist eine Kirche, die auf dem Weg der Gesundung ist. Wunderbar. Vielleicht dürfen wir eine allerletzte Frage zulassen. Wartest du noch? Hat sie erledigt? Johannes, ja. Gut, aber da müssen wir wirklich absprechen. Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage, und zwar Mitte Januar diesen Jahres gab es ja dieses Outing, also von dieser Bewegung in Deutschland, Out in Church. Ich wollte gerade mal fragen, wie bewerten Sie das? Beziehungsweise ich habe auch gehört, dass Mitglieder von dieser Bewegung auch beim Synodalen Weg waren. Haben Sie vielleicht mit welchen auch darüber gesprochen, über dieses Outing? Also, das gehört ja genau, das gehört genau in diese Entwicklung hinein, die ich am Anfang beschrieben habe, also diese, was ich Entethisierung genannt habe. Also es geht, wir haben im Synodalen Weg vier Foren. Also, Forum 1 geht es um Macht. Man muss schon die Frage stellen, ob diese Kategorie theologisch richtig gebraucht wird. Ein Forum 1, 2, priesterliche Lebensform, 3, Frauenfrage, und 4 ist dann Sexualethik. Und dieses Forum 4, da geht es wirklich nicht nur um Kasuistik, da geht es um ganz grundlegende anthropologische Fragen. Dieses Forum 4 bricht eigentlich mit einer 2000-jährigen durchgehenden Tradition, dass humane Sexualität in die Ehe zwischen Mann und Frau gehört. Das heißt, der Kern vom Kern fliegt raus. Und das fokussiert sich natürlich dann alles auf der LGBTQ-Frage, wobei man da nicht unbedingt immer konsistent argumentiert. In dem einen Text steht dann drin, klassisch aus der LGBTQ-Bewegung, das ist nicht veränderbar, sondern angeboren. In einem anderen Text, wo man die Gender-Anthropologie rezipiert, und zwar als Vollprogramm, wird dann gesagt, es gibt überhaupt keine festen Identitäten in dem Bereich. Und auch die Church gehört genau zu den Durchsetzungsmitteln. Also man hat, ich sage das, das wäre ein eigener Abend, aber ich könnte das in extenso belegen und ich habe an einigen Stellen ja auch deutlich gemacht, ich rede hier nicht einfach nur mit Schaub vor den Mund, sondern ich versuche, aber ich benenne die Dinge klar und deutlich. Es war im Grunde genommen das Programm vom ersten Augenblick an fix. Also der Synodale Weg ist entstanden in einer Schwächestunde der deutschen Bischöfe 2019, nach der MHG-Studie. Und Marx wusste, wenn er jetzt da rausgeht, muss er was in der Hand haben. Und diese Situation hat man genutzt, um ein bestimmtes Reformprogramm, Anführungszeichen, unten oben durchzusetzen. Und dazu gehört diese ganze Linie. Aber das wäre ein eigenes Thema. Also wir danken Ihnen für Ihr Kommen. Wir wollen aber nicht so pessimistisch enden. Ich bin gar nicht pessimistisch. Dafür danke ich Ihnen, dass Sie da uns Wege aufzeigen von einer neuen, gesunden und evangelisierenden Kirche, die Freude hat am Glauben und am Leben. Danke vielmals. Applaus